Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Coligny als Pflichtverteidiger beigeordnet. Hans Mayer war sowas wie ein Vater für mich. Glauben Sie, dass persönliche Befindlichkeiten etwas im Gerichtssaal zu suchen haben? Sie wollen Verteidiger sein. Also verhalten Sie sich wie alle. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch befangen. Warum haben Sie ihn umgemacht? Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ist das der Rechtsstaat, an den wir glauben? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war.